. Du hast natürlich mehr Aufgreif mit dem Brügel, und dann musst du eher vorm und im Sitz gehen. Aber ebenso für Rettungsaktionen, wir sind natürlich froh, dass dahinten noch mehr Kindermasch anstehen. Ja, klar. Der ist am Anfang knapp. Am Anfang muss er einfach korzen, ja? Am Anfang muss er einfach korzen. Und auch wenn einer einschneidet im zweiten Moment, kann ich da alles wissen. Meinst du mich? Nein, nein, nein. Aber ich weiss, was du meinst, ja? Ja. Es ist wirklich, wenn das ist gestört, oder die Leute an dir, in einem Moment, könntest du uns fragen, ob du oder steckst, oder? Ja. Dann ist es wie bei dem... Wie bei einem anderen Ausdruck, ja? Genau, genau, genau. Andres, I got that on super slow-mo. So you can watch yourself go, woaaaaaah! Und jetzt rein und dann zack, ja? Man muss sich eben gleich ein wenig konzentrieren, ja? Ja, ja. Weichenchen, war schon mal geil. Dann ist es hier, Wow! Upwing is a beast! When you pump upwind, against the waves, musst du kleiner in die Hams noch. Äh, upwind? Ja. Ich hätte sonst eine Chance. Auf dem Rückenwind kannst du grösser sein. Auf dem Rückenwind kannst du ja fast ausnutzen, die kleinen. So. Wir haben das Abend. Auf dem Rückenwind ist es warm. Auch wenn ich hier meine Läge und klasse, mit dem Rückenwind ist. Ich bin der Schlüssel. Das ist die Schlüssel. Ich bin der Schlüssel. Das ist das, die Flügel. Ich bin der Schlüssel. Ich bin der Schlüssel. Ich bin der Schlüssel. Ich bin der Schlüssel, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss hier einmal eine kleine Risse rausgehen. Ich muss hier einmal eine kleine Risse rausgehen. Das ist gut. Ich muss hier runterziehen. Das nächste, was ich gut machen, ist auf die andere Seite verbieren.